Jo, das war dann wohl nichts mit Nuker machen. Mann, ey. Guten Tag. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Das bin ich. Was? Schade. Okay, ciao, danke. Ist er mein Fall gestorben? Ich bin nicht 18. Oh, geil. Äh, schon die ganze Zeit. Mein Ball hat mich gerecht. Ich steh ab an Dago, doch ich stehe bei meinen Bällen. Im N2. Ja, aber ich hab zwei Bälle geworfen, ey. An den beiden Bällen ist er gestorben. Ja, da ist es noch rot. Ja, das ist sehr rasisch. Spawn. 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 Ja, das Nukle geht jetzt an. Wir spawnen. Wir spawnen nicht mehr. Also wir spawnen in drei Minuten oder so. Weil... Der Nukle geht hoch und dann wird... Nein, weil dann wird der Respawn-Counter, ja. Ja. Der Respawn-Counter wird ja resettet. Der Nukle geht. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, ciao, ciao. Der Gäber will noch PC-Lev. What the fuck? Der Mutterhund stirbt jetzt. Ja, na, 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 na. Okay, also, also, wenn würde einer abbrechen. Mann! Hey, warte! Schjax- einige Punkte. Ich bin immer gew Ohno. Ich bin immer gewohnt. Mit einem Böden. Ich hab den HojeGAрим... Ich hab's... Untertitelung des ZDF, 2020 Der Void ist angsteinflößend. Ich hab jetzt einen Void-Trauma. Ja, ich bin für die ganze restliche Runde gefallen. Ich hab keine Angst, ich hab's auch aufgenommen. Ich hab über Einsamkeit gesprochen und plötzlich geguckt und zwölf Leute zu. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Oh nein. Alles gut? Oh Gott, ey. Okay. Ähm. Ich glaube... Ach, da haben wir okay. Let's go. Die Pink! Okay. Okay. Warum denn? Okay. Okay. Ah, es wird kurz weit kommen. Warte, 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 warte. Wofür wird das jetzt? Ich hab auch mit dem Steiger hier gehört. Ja, boah. 5000 Meter entfernt. Irgendwann kommt schon da auf jeden Fall. Ja, das ist immer das gleiche, halt. Oh, fuck. Ja, da könnte ich nicht mehr öffnen, juggi. Ich könnte nichts öffnen. Ja, da könnte ich nicht mehr öffnen, juggi. Ich könnte nichts öffnen. Oh, hm. Oh, ich hab das Skelett. Vielleicht haben wir irgendwelchebei Besseres zu tun, wie zum Beispiel. Da ist ne O5, da ist ne O5. Da, 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 wenn man wo sie besser ist. Typ sag zu mir stehenbleiben, während das Skelett da drüben ist. Genialität vom Feinsten. Bro, lass mich doch, Bro. Gib mir doch meine Helingen Items. Bist du irgendwie geschnappt? Digga, du bist irgendwie auch... Du bist nicht ganz piech in der Birne, kann es sein? Nein, es war... Hä? Es war eine Frage. Hinter uns kommt was. Geil, dass du mich gekauft lässt. Obwohl richtig viele SCPs gerade da sind. Das macht einfach gar... Bro, du hast mir alle meine Items eh genommen. Du hast mir alle... Ja, cool, Digga. Oh, das war es. Geil, du hast... Geil, du hast die Flüge gesetzt. Geil, du hast die Flüge gesetzt. Hier ist die Flüge. Hier ist das die Flüge. Lass uns den Flüge. Wo ist er? Da! Andere! Oh mein Gott! Oh, es ist hier! Ja! Komm her, Andere! Oh, hallo Skelett! Hi Skelett! Geil! Das wär so geil gewesen! Okay! Verschrocken! Ah, aber jetzt wird wahrscheinlich kein Interessort! Okay! Okay, ich kenn den Deutsch mehr! Ey, das, ja! Das ist doch verarsch! Ich auch als Spieler! Gut, Terradeutsch finde! Gerade auf! Und dann wird's ausgemacht! Ja, doch, 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 ja! Wer irgendwo Lust hat, in irgendeinem Faustür... Was ist da gerade beim Escape Time gewesen? Irgendwo eine volle Microform hier noch! Wer so will, kannst du holen! Ja, Doktor's Wanted von Wellen! Kann ich mal! Ah, ah, ja! Doktor's Wanted! Ah, ha, 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 ha! Was ist das? Ah, ha, 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 ha! Ah, ha, 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 ha! ... Vielen Dank.